Endlich, die große Stunde der Crash-Propheten ist gekommen. Auf dieses Ereignis haben sie lange gewartet. Und nun ist er endlich da, der große Börsencrash. Einige Crash-Propheten besitzen einen eigenen Fonds. Heute schauen wir uns an, wie diese Fonds im jetzigen Börsencrash abschneiden. Du erfährst, ob sich ein Investment gelohnt hätte. Es handelt sich konkret um den Friedrich- und Weig-Werte-Fonds, den Dirk-Müller-Premium-Aktienfonds und den Max-Otter-Vermögensbildungsfonds. Die Köpfe hinter den Fonds haben in den letzten Jahren mit Crash-Prognosen auf sich aufmerksam gemacht. Deshalb habe ich mir diese drei Fonds gezielt herausgepickt. Aber bitte denkt dran, dieses Video ist meine persönliche Meinung. Es dient nur der Information, mehr nicht. Meine Meinung kann komplett falsch sein. Ich stelle dir ganz kurz die drei Fonds der Reihe nach vor. Du erfährst die Strategie und ein paar kurze Sätze zu den Beratern. Danach schaue ich mir die Rendite aller drei Fonds im Vergleich an. Du erfährst, ob sich ein Investment in Krisenforce lohnt. Zum Schluss stelle ich dir eine Grafik vor, die dich stark ins Grübeln bringen wird. Fangen wir mit dem Friedrich- und Weig-Werte-Fonds an. Die Namensgeber dieses Fonds sind Marc Friedrich und Matthias Weig. Sie sind für den Spiegel-Bestseller der größte Crash aller Zeiten bekannt. Außerdem betreiben sie einen eigenen YouTube-Kanal. Die Themenauswahl hat tendenziell eher einen Crash-Huntergrund. Erst am 10. März hat Marc Friedrich diese Aussage getätigt. Das war erst der Anfang. Friedrich sieht nach unten keine Grenzen. Im DAX sieht seine technische Unterstützung erst bei 8.000 Punkten. Er glaubt, dass die EZB demnächst eingreifen wird, aber ohne Erfolg. Deshalb steht dem Friedrich- und Weig-Werte-Fonds die Vermögenssicherung in erster Stelle. Es geht nicht um Rendite, sondern darum, dein Vermögen in diesen schweren Zeiten zu sichern. Dafür investiert der Fonds in Sachwerte wie Edelmetalle, Aktien oder Real Assets. Es wird spannend zu sehen, wie gut sich der Sachwerte-Fonds im Börsen-Crash schlagen konnte. Vorher schauen wir uns aber die beiden anderen Crash-Propheten-Fonds an. Der zweite Fonds nennt sich Dirk Müller Premium Aktienfonds. Dirk Müller erfüllt die Aufgabe eines Beraters. Das Management wird von der Bar der Bank AG übernommen. So oder ähnlich ist es aber bei allen anderen prominenten Fonds. Der oder die Namensgeber sind höchstens als Berater tätig. Das hat wohl rechtliche Gründe. Dirk Müller erklärte erst vor wenigen Tagen, dem Markt könnte eine Liquiditätsklemme wie 2008 ruhen. Damals haben sich die Banken kein Geld mehr geliehen. Außerdem hält er die Bail-In-Regel für eine große Gefahr. Theoretisch können Einlagen deutscher Sparer genutzt werden, um kaputte Banken abzuwickeln. Am 23. Februar wunderte er sich, warum die Börsen trotz Handelskrieg und Coronavirus weiter ansteigen. Mit dieser Prognose traf er voll ins Schwarze. Gleich wirst du sehen, ob sein Fonds von dieser Kenntnis profitieren konnte. Der Dirk Müller Premium Aktienfonds investiert vorwiegend in Aktien aus Europa oder Nordamerika. Es wird nach qualitativ hochwertigen Unternehmen gesucht. Das Herzstück des Fonds ist ganz klar die Absicherungsstrategie. Dafür ist dieser Fonds bekannt. Der Fonds baut gestaffelt Absicherungen in Form von Future-Verträgen auf. Etwa 6% unter den Höchstkursen ist der Fonds zu 100% abgesichert. Fallen die Märkte immer tiefer, geht das am Dirk Müller Fonds komplett vorbei. Der Fonds profitiert sogar davon. Die Erträge aus den Future-Verträgen werden in gefallene Aktien investiert. Der Absicherungsradar zeigt, dass der Fonds aktuell voll abgesichert ist. Kommen wir nun zum dritten Crash-Propheten. Das ist Max Otte. Am 21. Januar 2020 sagte er in einem Interview, Max Otte beschreibt sein Crash-Szenario in seinem Buch Der ehemalige Professor der Hochschule Worms und der Universität Graz steht eher für düstere Prognosen. Kommen wir nun zum Max Otte Vermögensbildungsfonds. Die Strategie basiert auf Substanztiteln und dem Value-Gedanken. Max Otte schaut auf die Finanzkraft der Unternehmen. Während andere Anleger panisch verkaufen, sucht er nach Qualität zu einem guten Preis. Er kauft dann Aktien, die der Markt ohne erkennbaren Grund abgestraft hat. Auf dem 19. Fondkongress in Mannheim sagte er, wir freuen uns auf die Krise, die kommt. In solchen Phasen könnte man noch Schnäppchen machen. Mit dieser Strategie möchte Otte eine langfristige Überrendite erzielen. Kommen wir nun zu dem Punkt, wegen dem du dieses Video anschaust. Ich zeige dir jetzt, wie die Fonds im Vergleich zum Markt abgeschnitten haben. Zuerst musst du aber einen Vergleichsindex finden. Hier siehst du einige wichtige Weltindizien im Vergleich. Unser DAX ist in diesem Vergleich so richtig abgeschmiert. Seit Jahresbeginn hat er deutlich schlechter im Vergleich zu anderen Weltindizes abgeschnitten. In der Woche vom 17. Februar 2020 fing der Börsencrash an. Hier siehst du, wie sich die Indizes seit Crashbeginn entwickelt haben. Unser DAX hat er auch hier am schlechtesten abgeschnitten. Der DAX ist also ein einfacher Gegner. Deutlich besser hat sich da der S&P 500 geschlagen. Das ist der wichtigste US-amerikanische Aktienindex. Deshalb vergleiche ich die Crashfonds mit diesen beiden Indizes. Dies? Zuerst der Vergleich seit Jahresbeginn und dann seit dem Beginn des Börsencrashs. Beide Zeiträume sind wichtig, da nur Lügner am Hochverkaufen und am Tiefkaufen. Unser lieber DAX schneidet seit Jahresbeginn am schlechtesten ab. Dahinter folgen Max Otter Vermögensbildung und der S&P 500. Dieses Ergebnis ist logisch. Ein Crashfonds soll den Anleger vor dem Börsencrash schützen. Der Max Otterfonds verfolgt dabei einen etwas anderen Ansatz. Verluste am Börsencrash werden bewusst in Kauf genommen. Max Otter geht es eher darum, den Crash für günstige Nachkäufe zu nutzen. Er sucht dann gezielt nach unnötig stark abgestraften Aktien. Deshalb schneidet Max Otter Vermögensbildung genauso schlecht wie die beiden Indizes ab. Die Überrendite soll sich erst langfristig ergeben. Ich blende dir nun die Rendite seit der ersten Crashwoche ein. Die Rendite sieht ähnlich wie vorher aus. Das Schaubild zeigt, dass der Max Otter Vermögensbildungsfonds nicht zur Crashabsicherung geeignet ist. Das ist aber auch gar nicht der Ansatz des Fonds. Es geht um langfristige Überrendite durch günstige Value-Aktien, die im Crash verstärkt nachgekauft werden. Max Otter hat nur den Ruf eines Crash-Propheten. Deshalb wird sein Fonds öfters als Krisenfonds bezeichnet. Das ist jedoch falsch. Der Fonds sucht nach günstig bewerteten Value-Aktien. Kommen wir zum Friedrich und Weichs Sachwertefonds. Dieser Fonds investiert bevorzugten Sachwerte wie Edelmetall oder Immobilien. Es geht um Kapitalerhalt und weniger um hohe Rendite. Der Fonds musste allerdings auch Einbußen hinnehmen. Seit dem Börsencrash hat er ca. 7% verloren. Das liegt am relativ hohen Aktienanteil im Fonds. Friedrich und Weich investieren bekanntlich in Sachwerte. Für sie gelten Aktien auch als Sachwerte. Das ist richtig und sinnvoll. Denn Unternehmen besitzen Maschinen, Fabriken und geistiges Eigentum wie Patente. Allerdings treibt der hohe Aktienanteil den Sachwertefonds ins Minus. Der bisherige Sieger ist ganz klar der Dirk Müller Aktienprämiumfonds. Als einziger Crashfonds konnte er eine positive Rendite erzielen. Das liegt an der Absicherung durch Führtsche-Verträge. Ich erinnere dich an die Absicherungsampel. Der Fonds ist derzeit voll gegen Kursverluste abgesichert. Bisher hat er eine kleine Rendite von ca. 1% geliefert. Die goldene Medaille geht also an Dirk Müller. Mit diesem Fonds kann man sein Kapital im Krisenfall tatsächlich erhalten. Der Friedrich und Weichwerte Fonds ist für mich leider durchgefallen. Er lässt sich zu sehr vom aktuellen Marktgeschehen beeinflussen. Da kann ich auch gleich selber in konservative Aktien und Edelmetall investieren. Ich habe dir anfangs deine Grafik versprochen, die dich ins Grübeln bringen wird. Und hier kommen sie. Gold hat alle Crash-Propheten weit hinter sich gelassen. Das Edelmetall hat sich als Krisenanker bewährt. Nur Lügende verkaufen am absoluten Hoch. Deshalb zum Vergleich die Kursentwicklung seit Jahresbeginn. Da hat es ja auch schon ein bisschen Rumort. Gold hat in diesem Zeitraum sogar noch besser abgeschnitten. Wer sein Depot unbedingt absichern möchte, weil er an den Weltuntergang oder an sonstige Krisenszenarien glaubt, hätte sich die ganzen Crash-Force sparen können. Er hätte ganz einfach sein Geld in Gold investieren können. Da bist du auch nicht vom Geschick eines Fondsmanagers abhängig, sondern nimmst deine Geldenlage selbst in die Hand. Ich persönlich würde in kein Crash-Force investieren, da ich meine Aktien lieber selber auswähle. Aber sagen wir einmal, ein Gangster hält mir eine Pistole an den Kopf. Ich muss mich für einen Crash-Force entscheiden. Dann kommt es auf die Situation an. Sind die Märkte bereits stark gefallen, würde ich den Max-Otter-Vermögensbildung vorwählen. Der Value-Ansatz korreliert stärker mit den Märkten und kann umso stärker in einer Hochphase abschneiden. Glaube ich, dass die Krise erst am Anfang steht und die Börsen noch weiter einbrechen, wäre der Dirk-Müller-Fonds mein Favorit. Und in der Beschreibung findest du übrigens meine Broke-Empfehlungen für alle Anleger. Schau sie dir an, um deine Gebühren zu optimieren. Wenn du das Video hilfreich fandest, gib mir bitte jetzt ein Like. Das ist extrem wichtig für den YouTube-Algo. Sonst verschwindet dieses Video im Nirvana und wird nicht mehr angezeigt. Bis bald zum nächsten Video.